2022 gehörte zu den wärmsten Jahren der Messgeschichte. Weltweit. Das zeigen aktuell ausgewertete Daten des europäischen Copernicus-Programms. In weiten Teilen von Europa war es überhaupt der wärmste Sommer, in Österreich der zweitwärmste. Am extremsten waren die Unterschiede zu den Durchschnittstemperaturen aber in Südasien und Westsibirien. Hier liegen die Werte schon jetzt weit über dem Pariser 1,5 Grad Ziel. Es setzt sich ein Trend fort, wie eine Animation der Jahre 1991 bis 2020 zeigt. Seit Mitte der 1990er Jahre ist es auf der Nordhalbkugel der Erde kontinuierlich zu warm, seit der Jahrtausendwende etwa auf dem gesamten Globus, seit knapp zehn Jahren ist es zu heiß. Als Grund gelten die höchsten CO2-Emissionen seit zwei Millionen Jahren und setzt sich dieser Trend fort, ist das 1,5 Grad Ziel schon in zehn Jahren erreicht. 70 Jahre früher, als von der Staatengemeinschaft in Paris 2015 vereinbart.